Es kommt ziemlich langsam, du spürst es kaum, du kaltest es nur an, der Schmerz kommt beim Kau. Du nimmst es nicht ernst, es vergehen Wochen, bis du's endlich lernst, du darfst nicht heiß kochen, da kommt ein Zahnschmerz in dein Gesicht. Der geht vom Kopf bis zu den Zehen, denn Zahner ziehst du vor Gericht, denn deine Zähne tun weh. Mit Schmerz wird zart im Gesicht, verschränkst du deine Arme. Geduldig warten ist hier Pflicht in der Wochenendnotaufnahme. Oben rechts, die drei tun weh, wir sollten keine Zeit verlieren. Der Zahnarzt kann nichts sehen, der kann den Schmerz nicht lokalisieren. Dann kommt der Zahnschmerz in dein Gesicht, der geht vom Kopf bis zu den Zehen. Den Zahnarzt ziehst du vor Gericht, denn deine Zähne tun weh. Nach einem Wochenende mit viel Schmerztabletten Gehst du zum Zahnarzt, der soll die Zähne retten. Trotz Röntgen fotografieren, liegt die Ursache im Verborgenen. Wahrscheinlich sind das Bier, nimmst die Tabletten, wir sehen uns morgen. Dann kommt der Zahnschmerz in dein Gesicht, der geht vom Kopf bis zu den Zehen. Den Zahnarzt ziehst du vor Gericht, denn deine Zähne tun weh. Die Schmerzen toben, es ist die Ursache gefunden. Es sind nicht die drei Zähne oben, sondern der Zahn und Tipp. Wochenlang geht die Behandlung, es ist ne Quälerei. Wochenlang geht die Behandlung. Wochenlang geht die Behandlung.